So, jetzt warten wir aber bis 10 da sind. Ja, passt. Wir sehen uns dann, wenn es... Was hast du von Ping? 150er, 150er. 150? Ich habe 139. Wir hatten vorhin aber auch schon 200. Noch was. Die Frage ist, soll ich mir einen neuen PC kaufen oder mir neue Teile dazu kaufen? Ich würde mir gar nichts kaufen. Ich würde mir mal so lange rumtun, bis endlich mal geguckt wird. Hast du eigentlich in letzter Zeit noch Internetausfälle? Nein. Komisch, ne? Fällt mir gerade auf. Aber 1&1 hatte vor ein paar Tagen gigantische Ausfälle. Ja, und ich habe nächste Woche wieder Homeschooling. Wieso? Was ist nächste Woche? Hä? Nächste Woche habe ich wieder Homeschooling. Wieso? Ja, ich kann auch rumlaufen hier. Ich bin der große Ninja. Wollen wir starten? Nein, einer noch. Mach doch mal nicht private. Mach doch mal auf. Dann kommt noch einer rein. Kurz warten. Und wenn der Zehne drin ist, dann bitte noch mal kurz warten. Nicht, dass der dann... Weil meistens fliegt dann immer noch einer raus. Und dann kann der noch mal nachschauen. Ach, ein Zehner Käse. Also Käse normalerweise nur zum ganz, ganz frischen Brot und ein Glas Rotwein. Dann geht das. Fast ein Glas Rotwein. Ich darf doch kein Rotwein dringen. Wieso? Okay, pass. Na, warte mal kurz, warte mal kurz. Meistens fliegt immer noch einer raus. Dann, ähm... So, jetzt kannst du den machen, ja. Wir sind zusammen mit... Ähm... TVP King Alone Götlecki Ja, Götlecki. Götlecki. Nox Äh... Palutenfan, Käsebrot und Käsebrot. Palutenfan, bist du immer der Palutenfan? Oder ist das immer ein anderer Palutenfan? Hallo? Wir haben ihn gar nicht gewürdigt. Wow. Was war denn das jetzt? Das war... Ja, endlich kann ich ein paar Aufgaben machen. Ich bin ein wertvolles Crewmitglied. So, ich gehe nicht. Haha. Was heißt, ja, ich bin sehr merkwürdig. Ich bin sehr... Ich bin sehr... Merkwürdig. Ich bin hängen geblieben, ja. Den Quest habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Bei mir ist blau. Bei mir ist blau. Bei dir ist blau? Ist das jetzt... Ich... Käsebrot, das war aber jetzt ungünstig. Nicht umbringen, Käsebrot. Ich habe ihn wenden gesehen. Den bösen Wender. Lalalalalala. Bist du noch da? Hallo? Ich bin tot. Ich habe ja gesagt... Ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist, aber ich sage es nicht. Es ist vorher reingeschrien. Wir müssen nur ein bisschen zurück spielen. Jetzt haben wir dreimal Käsebrot drin. Dann werde ich mich jetzt auch schon benennen. Ich nenne mich auch um nächste Runde. Käsebrot. Aber dann nenne ich dich doch um Käsebrot oder Käselibrot oder Käsebrötli oder Käsewurst oder... Wie kann man eigentlich zwei mal den gleichen Namen haben? Ja, das geht normalerweise gar nicht. Herr Hacker. Hey, dann ist hier ein Hacker. Ja, hier ein Hacker. Ich bin immer der gleiche Palle. Praluten, wir haben dich total unterschätzt. Dankeschön, dass du immer da bist. Wer war mit PVP, Nils und noch einer. Oh, Pizza. Ich kann mir noch eine schöne Pizza machen. Aber wie still einfach blau ist. Wie still einfach blau ist. Er schreibt halt nix. Hä, wieso kann ich... Ich habe gedacht, ich bin tot. Ach, ich bin ja nicht tot. Okay. Haha, ich bin doof. Wie heißt das? Ich kann mir das immer nicht merken. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich habe nicht aufgepasst. Oh, niemand wurde es gibt. Blau. Ja, einer ist hat mal richtig hier. So, ich kann weitermachen. Ja. Ich kann es halt nicht, Dad. Na, wo ist denn jetzt das nicht? Ich wusste es doch. Käsebrot, du zuerst aber was machen, Dad. Der ist schon sehr raffiniert. Hallo, darf ich jetzt nochmal auf Strücken bei dem... Wie denn? Was hat er denn? Was hat er denn? Da gab es auch mal ein Lied, ne? Was ist er denn? Was hat er denn? Das kennt ja sowieso keiner mehr. So. Gleich eine Aufgabe machen, so. Hallo, hallo. Und bist du der Zweite? Ich weiß, wie der erste ist. Der eine. Der... Oh, dann. Du bist... Oh, ja, du bist tot. Ja. Du bist tot. 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 Ja. Käsebrot und Käsebrot waren die Impostungen. Zwei Käsebrote sind sehr gefährlich. Ich sag's ja. Okay, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.